Hi, hallo, in unserer neuen Forst-Volke. Du hörst dich so motiviert an, das merkt man richtig. Ja, wir kommen hier gerade von einer sehr motivierten Erkundungstour zurück. Über die Schneewelt, über die ganzen Berge und so. Ja, es war schon, also, es ist immer noch bei mir so kacke. Es war schon interessant, also, interessant nicht, es war, ich habe mich gefreut auf die Tour, eigentlich mal so einmal um die Insel rennen und gucken, was es so gibt, obwohl wir nicht waren. Aber genau das war das Problem, es gab's nichts. Falls ihr jetzt so mal zwei Folgen übersprungen habt oder so, keine Ahnung, durch Zufall. Habt ihr nicht viel verpasst eigentlich? Nee, nicht wirklich. Ein paar Klettereinlagen eigentlich. Gut, wir müssen sagen, man ist wahrscheinlich zu zwei Kilometer geglettert. Aber das mit der Yacht sieht schon mega nice aus hier, ne? Also, das ist ein... Ja, Tom, Thumbnail. Ja, gut, aber was soll ich, was soll man hier als Thumbnail machen? Das ist, ich weiß nicht, hm. Home is sweet home. Naja. Wollt ihr noch auf die Yacht? Ja, genau, hier waren die Haie. Echt, wirst du noch auf die Yacht? Ich habe aber irgendwas gelesen, dass man da irgendwie auf den Insel muss und dann unter die Haie, naja. Was, auf die Insel muss und dann kommen die Haie? Was? Ja, ich hätte gedacht, da wäre eine Insel oder so. Hey, sollen wir mal so einen Haikopf mitnehmen für... Ja, genau, das haben wir auch gerade gedacht. Ich mache mal den Koffer auf. Koffer, ich mache den Koffer. Koffer, Snack. Hallo? E, E, E? Ach, das ist nur noch die ganzen Koffer. Ah, hier ist ein Grab. Das haben wir doch noch übersehen. Hallo? Meine Güte. Aber das ist das gleiche, Juni 82. Genau das gleiche Bild wie in der letzten Folge. In der Schneewelt war noch mal so ein Grab. Aber das finde ich jetzt ganz interessant, dass wir es jetzt finden, wo wir vorhin das in der Schneewelt gefunden haben. So, so, so. Ja, aber ich glaube, das war schon vorher da. Ich glaube, wir waren einfach nur zu dumm. Ja, wir waren zu doof. Das schon, ja. Da waren wir noch so, hey, guck mal da, haie, hey, guck mal da ein Schiff und hey, guck mal da ein Koffer, ne? Oh mein Gott. Mann, da war ich blind. Ah, ich kann keine Medizin mehr mitnehmen. Ich schon, weil ich habe die ganze Zeit Medizin gebraucht. Das ist wie der Schuze Tummel. Na gut, okay, ich versuche jetzt mal den Kopf hier runterzuschlagen. Ich mach das mal. Wieso liegen hier eigentlich? Ich kann grad nicht schlagen. Ich kann grad gar nichts machen. Ja genau, das ist, du hattest die, die Sperre in die Hand, oder? Ne. Nicht. Mach. So, und jetzt muss man den halt, hey, jetzt hat er irgendwas aufgeschrieben, bei mir. Ja, bei mir auch. Ach, vielleicht wegen dem, ding noch. Feier, sie müssen die Blade Passengers. Stimmt eigentlich, die gibt's auch noch, ne? Haben wir da viele gefunden? Einen haben wir doch gefunden, oder? Weil zumindest bei einem haben wir, das ist, dieses Tagebuch-Eintrag bekommt. Da ist eins von, wie viele waren es von 153? Boah, das ist aber schon hart, wenn du jetzt auf die letzte Seite gehst, ne? Also ganz, ganz rechts, dort deine Notizen, ne? Hast du ja ein Bild von, so hier, die komische Spinnentyp, zwei Bilder davon, ne? Ja. Einmal die Yacht und einmal das Ding da, dann so drei, drei Zeitungsausschnitte oder so, ne? TV-Star! Genau, dann die Yacht und dann noch das Dark-Haired-Person, ne? Ja. Und dann erstmal nichts, nichts, nichts und dann kommt das letzte. Das heißt, da kommt noch eigentlich, glaube ich, viel dazu. Glaublich. Ja, da muss man noch was finden. Ja, wir waren auch in zwei Höhlen nicht drin, also. Na gut, äh, nimm du den Kopf. Und ich weiß gar nicht, so die Toten, da haben wir noch eine Seite 4, da haben wir nichts, ne? Ja, da, da kommt noch irgendwas, also. Habe ich aber schon mal vor ein paar Folgen gesagt, irgendwie haben wir noch nicht alle Gegner gesehen, die es gibt, glaube ich. Weil drei Mutanten bis jetzt, glaube ich, ne? Hm. Der Stampfer, der Aggressive und die, äh, Spider-Schlampe. Warum Setup-Defense haben wir noch nicht durchgestrichen? Wir haben noch voll die Defense, oder? Setup-Camp habe ich auch noch nicht durchgestrichen. Was? Feind-Timmy habe ich auch noch nicht durchgestrichen. Warum wir noch nicht gefunden haben. Ach, ja, stimmt. Ach, da war ja was. Hm. Ich bin ne Sick. Infektet für nen Feind. Du hast hier Happy Birthday Trap gebaut, die Deadfall Trap hast du auch gebaut, ne? Ja. Die Nose Trap, hast du die Rope Swinging Trap auch gebaut? Wart mal kurz. Da ist ein Stein oder so dran. Ach, Tiredness. 27 Prozent. Ähm. Ja, ich hab eigentlich alle gebaut. Rope Swing, halt. Die habe ich aber noch nicht gebaut. Rope Swing Trap. Ja, die haben es ja gemeint. Die Nose Trap, die habe ich gemacht. Ja, wir könnten noch die Rope Swing Trap machen. Naja. Nimm du den Kopf. Ja, ja, danke. Weil der ist ja groß, das ist jetzt mal nix mehr. Laufen wir oben lang, oder? Weil hier unten war eh nichts, das wissen wir ja. Naja, bis wir es, weil wir haben das Krab auch nicht gesehen. Ja, aber da war das war schon vor kurzem, wo wir danach geguckt haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die uns hingegen laufen, weil jetzt ist dunkel, ne? Und da waren sie, wie waren sie immer, ne? Ja, jetzt mal so gesehen, ne? Irgendwie haben wir jetzt die, fast die komplette Map angeguckt. Vielleicht so... Außenrum zum, die Grenzen halt, ja. Ja gut, aber irgendwie war das doch, wir waren ein Flugzeug, dann in der Mitte, in der Mitte waren wir auch, weil da ja die Ding war, äh, die, das Loch, glaube ich. Ja. Ne? Und eigentlich sind wir fast nicht. Wir sind fast durch. Ja, aber die ganzen Passagiere, da fehlen noch so viele, wir haben bisher nur einen einzigen gefunden. Das ist noch... Das sollen angeblich welche hier leben, die rumlaufen? Naja. Ey, wo hast denn das gehört? Naja, es wurde uns erzählt. Ah, das ist okay, das glaube ich nicht. Ich glaube, da hat er geschmatzt. Ich irgendwie auch. Ja, legt den einfach hier hin, das passt schon. Hm. Sieht schon trotzdem einen Blick aus. Ja. Das ist auch meine gleich aufhängig, dass sie die Spawn oder so gucken, dass wir die da aufhängen können. Der die Spawn glaube ich nicht. Na gut. Ja gut, eigentlich. Wir haben sie doch schon mal geköpft, ne? Am Anfang unserer Ding, weißt du, ne? Glaube ich. Ja, okay, jetzt muss ich sagst. So, Fälle haben gar keine mehr. So, Wasserflasche ist wieder voll. Lass mich doch damit durch. Ach ja, die Wasserflasche hätte ich ja zum Trinken gehabt. Die habe ich noch voll, 100%. Alter, ich habe dir die ganze Zeit gesagt, dass ich meine Wasserflasche dabei habe und die ganze Zeit trinke. Naja. Kann ich dir auch nicht mehr helfen. Und ich meine, ich hätte noch 10 Sodas dabei gehabt und so furcht und Snacks oder so. Egal. So, ja, ähm, da, 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 wir sind wieder daheim, homespeed home. Ich glaube, wir müssen mal wieder schlafen, weil, wir müssen echt regelmäßig schlafen, weil ich glaube, die ausdauert geht dann echt schon oder flirrt, wenn man müde. Das kann sein, komm, schlafen, wenn wir echt lange nicht mal speichern, wenn wir da sind. Ja, genau, speichern wir vielleicht nicht mal schlecht, so. Hast du? So, ich habe gespeichert. Und Set zum Schlafen. La, fan. Oh, tut das gut oder... Oh, endlich wieder schlafen. Hä, was war das? Hä, wieso? Ach, weil ich durstig bin. Lol. Du bist auch schon durstig. Ja, dass es mal komische Geräusche von sich geben. Warte, ich mache was. Koch mir hier. Einen Lister taue ich rein und ein Dingfell, äh, ein... Wir müssen jetzt Holzstämme holen, oder? Ach, du Heiliger. Ich wollte jetzt eigentlich entspannen, irgendwie. Die Arbeit wartet wieder auf uns. So, nachdem ich gegessen habe, kann es losgehen. Aber wie viel Fluchbeer ist, habe ich ja. Kann ich die wieder einzuckeln? Sehr schön. Ich bin gemütlich am Feuer und ich kann essen. Schon wieder voll oder? Ja, das ist ein fucking Feuer. Ja, das nervt mich so, dass du immer durch die Vögel, immer erst mal durch haust. Das nervt mich so. Der erste Schlag, der eigentlich voll Gas sitzt, der geht voll daneben. Da ist ein Feder. Das ist ja schön, die Bäume sind wieder nachgerocksen. Ach ja, da unten am Zelt, da bauern die auch immer wieder was, ne? Jo, stimmt. Die Laptops wie zu hunderte. Weißt du, was cool wäre, wenn man wie in Far Cry irgende so einen Waldbrand machen könnte? Kennest du das echt cool, dass wir uns reichen des Hiedlungen dann abfackeln könnten, so aus Versehen? Oh ja. Das Spiel mit dem Feuer. So, ich baue jetzt eine Ropeswing. Ach, das war Desta. Ich habe keine Ahnung, wie man die baut. Ich habe echt keine Ahnung, wie man die baut. Hey, wieso? Ich glaube, Jimmy muss... Ach. Aha. Äh, nein. Wahrscheinlich, weil es Ropeswing halt... Ne, warte, das ist halt schon dran. Ah, jetzt habe ich es. An den Baum, oder wie? Hier, ja, guck, hier wärst du jetzt. Komm mal her. Wenn man dann hier so herläuft, dann mach's boing. Ach so, dann müsste man da zerquetscht, theoretisch. Theoretisch, ja. Ja, theoretisch. Na gut, ich lösche da wieder. Ja, scheiß auf Fallen, ganz ehrlich. Und außerdem brauchst du dafür einen Baum, das ist ja... Da legt die scheiß Feuerzeuge weg. Unfassbar. Über Nacht vergesse ich nur das Feuerzeug rum, am Tag renne ich nur mit dem Feuerzeug rum. Ich fälle einfach mal wieder ordentlich, so 10 Minuten noch. Ja, ich tue mal den Stickholder wieder ein bisschen auffüllen, ich habe so viele Sticks wie... Ach, die sind auch ganz gut voll, eigentlich. Warte. Haben wir da was rein, und haben wir da was rein. Ja. Ich bin ganz schön enttäuscht von der Schneewelt. Ja, irgendwie, ich habe mich voll auf die Schneewelt gefreut und dann irgendwie... So mal was anders, weißt du, und dann bist du dort auf der Schneewelt und dann... Ja, klar, nichts, nichts, einfach nur neu aufzunehmen. Oh, jetzt bin ich in die Falle gelaufen. Fickseide. Kannst du sie gleich... Ich habe es vor 10 Sekunden neu aufgestellt. Ich habe die nicht gesehen, ich bin durch den Busch gelaufen, leistlich hat es Ding gemacht. Aber nur wir sind zu blöd in Ränder rein. Die anderen, die eingeborene Ränder nicht, die Ränder nicht rein. So oft ist es dein Gehen entfallen, dein Gehen entfallen. Ja, wenigstens tötet dich das nicht. Das wäre voll ekelhaft. Das wäre lustig. Matsch. Alter, stell dir mal vor, du spielst allein und läufst aus, wir sind in die Falle rein. Boah, wird mich jetzt anpissen. Halleluja. Selbst hast du vorbeugt. Naja, das ist einfach nicht ganz entspannt, wenn man ab und zu mal wieder ein bisschen Bäume fällt einfach und wieder die Vorräte ein bisschen aufstocken. Gut, aber ich wüsste jetzt so eigentlich auch gar nichts, was wir großartig machen müssen. Sondern wir könnten noch einmal straight durch die Map laufen, theoretisch, falls so gesehen. Immer noch zwei Mühlen, wo wir nicht drin waren, also ich wäre mal dafür, dass wir die echt dann echt, ja, so in, nächste Folge, übernächste Folge da mal was machen. Äh, nächste Folge vielleicht nicht, aber jetzt waren wir echt lang unterwegs, die letzten zwei, drei Folgen. Übernächste Folge, genau. Haben eigentlich nichts gemacht, also echt, wenn ihr immer noch dabei seid, hier dran zu gucken, dann echt danke, Kompliment, Respekt. Und, ähm, cool von euch. Und, ja, ich glaube, also wenn ihr ein bisschen vorgeskippt habt, ja, verstehe ich euch nicht übel. Ne, das, das, ich meine, das mache ich selber bei manchen Videos immer, auch bei Gronkh und so, wenn sie dann stundenlang immer irgendwas machen, wenn sie selber nicht, ähm, davon gehört, wir können ja nicht vorskippen, aber ihr könnt ja dann, weißt ja, wenn das dann zu langweilig ist. Weil das jagen kann ich aber mittlerweile richtig gut, ne? Zumine Speer und so, daugt man schon. Ich finde, das macht fast am meisten Spaß hier. Naja. Weil du was töten darfst. Legales, also indirekt, legales bildern. So. Mach weiter. Was haben wir jetzt eigentlich noch so vorgeplant, hä? Wir machen jetzt erst mal das Dach fertig, oder? Das Dach fertig ist das Allerwichtigste, würde ich sagen. Und dann halt irgendwann mal die Innenausstattung, ne? Die Wände dann noch ziehen. Genau, dann die, erst mal das Dach fertig machen. Regale. Wenn das Dach fertig ist, erst mal gucken, ob wir mit dem anderen Dach, äh, nochmal zumachen können, das Dach. Ja, genau. Das ist wichtig. Und dann vielleicht, hm, ja, vielleicht noch gleich die Wände ziehen und dann die erste Innenausstattung. Geil, wäre es, wenn wir die Wände drinnen streichen könnten mit der Farbe. Das wäre nice. Das wäre nice. Das wäre richtig nice. Jetzt hatte ich aber lange keine Eingeborenen mehr, muss ich sagen. Ja, verschreißen, ich bin unsere Umkundungstour ganze Zeit am Arsch der Welt, auf einmal. Ja, aber es heißt die ganze Zeit, die waren einfach plötzlich da. Erst einmal. Vermisst du die jetzt schon, ne, 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 grad so, nicht, aber, ich höre es auch die ganze Zeit schreien, aber, das ist eigentlich gar nicht schreien. Ach, ich höre sie ziemlich ausreichend. Ich glaube, du bist einfach Parionid gewonnen. Ne, ich glaube, ich höre die öfter als du, kann das sein. Ich habe auch das Gefühl, ja. Manchmal hört man diesen, äh, schalten, schreit, sag ich mal, äh, 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 ganz so schlecht nachmachen. Wie machen die? Ja, keine Ahnung. Es ist so, dass das schaltern so weit ist. So einmal oder zweimal so, so nachhafte. Ich kann das nicht nachmachen. Ich habe kein Auto-Tune. So, ich glaube, das sind wir erst mal reichen. Ich glaube, das dürfte erst mal reichen. Ja, du hast einen gewissen Hass gegen die Bäume, man merkt es schon. Also, aber manchmal, ne, ist es so, manchmal hat das Spiel so seine Macken bei mir, also manchmal ruckelt das gar nicht schön stark. Und das ist dann immer so eine Zeit lang. Ja, wenn man halt in welche Höhlen reingeht, da ruckelt es auch. Ja, ja, da sowieso, aber jetzt auch. Ja, bei mir eigentlich auch nicht, aber gerade so, wenn es einmal angefangen hat, wenn es einmal angefangen hat. Jetzt hat es gerade ganz kurz drüber reden, oder? Wenn es einmal angefangen hat, dann hört es kaum noch bei mir auf. Dann immer so wirklich minütlich, immer so ganz kurz. Und es ist zwar jetzt nicht so verheerend, dass ich dann so, oh mein Gott, ich habe gleich das Gefühl, Spiel stürzt ab. Aber so, man merkt es schon. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Sprung von Alpha zu Beta wird, ob man da wirklich einen großen Unterschied dann merkt, oder ob das sowieso auch. Ich muss mir fast nicht denken, also ich wünsche es mir zwar ein bisschen, also großer Sprung, das heißt, großer Sprung ist natürlich jetzt schon ein fantastisches Spiel, aber ich wünsche mir jetzt schon ein paar Neuerungen, weil so schön das Spiel jetzt auch ist, so langsam, wenn wir jetzt das Haus fertig gebaut haben, ne? Ja, wir waren doch in sechs Höhlen. Okay, die Höhlen werden aber auch nicht mehr anders großartig sein, wir werden auch nicht mehr so viele besondere Sachen finden. Das ist so, das, ne? Dann geht es eigentlich wirklich nur noch, wie lange überleben wir das? Wir können dann den, apropos Grad hochstellen, wir wollten mal so Dinge aufstellen. Ja, aber wir wollten ja uns das Haus erstmal bauen. Oder wir könnten nebenbei die Dinger auch aufstellen und kommen auch gar nicht. Immer, wenn die uns angreifen, statt die Knochen zu machen, könnten wir eigentlich... Ja, solche. Aber nicht vergessen, wir müssen die anzünden, weil sonst funktioniert das nicht. Ja. Müssen wir brennen. Ich hoffe, dass die da relativ lange brennen, ha? Das wäre nervig, wenn wir die jede Stunde anzünden müssten. Nee, ich glaube, die brennen einfach durch. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wie die ES-Gull-Lampen da. Ja, ich hoffe es. Ich fahre mal jetzt los, mal schnell wohin. Alter, hast du jetzt alle Holzstämmel geholt? Sag mal. Entschuldigung, ich bin so effektiv. Ich will jetzt so viel Holzstämmel gefällt und jetzt finde ich nur noch einen, das kann es doch jetzt nicht sein. Du wirst mich doch jetzt verscheißern. Ich glaube... Weil der Gießbond. Ich glaube, dass es bei mir teilweise richtig leckt, wenn ich mich zu schnell bewege. Da muss es doch zu viel laden. So einen ganzen Waldladen ist, glaube ich, nicht sehr einfach. Ja, stimmt. Und dann kommt er kurz nicht hinterher. Du hast jetzt recht. Was? Der Heilkopf ist weg. Dies bei uns. Jetzt schon. Ja, er ist schon weg. Naja, es ist ja nicht weit weg. Es ist ja nicht weit weg, ne? Ich dachte vielleicht, wenn wir das Spiel neu laden. Hä? Ich dachte, wenn wir das Spiel neu laden oder so, aber... Ich habe so viel, so viele Bäume gefällt, Alter. Ja. Hast du nicht ein bisschen... Wollen wir vor unserem Tor schon diese Dinge aufstellen? Die FAGs? Ich weiß nicht. Ich würde es so in dem... Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage eigentlich. Weil sonst fühle ich da so ein richtig fettes Embod jetzt. Ich mach das jetzt einfach mal. Direkt vor unserem Tor vielleicht nicht. Oder doch, vielleicht einmal so rum. Immer so voll verteilen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Was meinst du? Was würdest du, Emma? Ich bin direkt davor, aber halt so links und rechts daneben. Komm mal her. Warte, warte, warte. Ich bin gerade ein Baum-Fan. Den will ich noch. Und dann komme ich mit einer vollen Lade. Oh Mann, da braucht man neun Arme, vier Beine, neun Köpfe. Halleluja, das ist mal beschäftigend im Teil. Hast du ein ganz großes gebaut, oder? Jo. Zwei davon bleibt. Ne, ich weiß nicht. So direkt vor der... Vor der... Ich weiß nicht, ob man die große überhaupt anzücken kann. Wo magst du die denn so platzieren? Ein Baum muss ich noch fällen. Ihr ist doch verteilt hier überall. Okay, ja, vielleicht direkt vor unserem Tor, vielleicht nicht. Ne, nicht direkt vor dem Tor, sondern verteilt hier einfach in der Gegend. Okay, machen wir so. Das ist unser Bereich. So dort, wo wir Baum fällen, so richtig schön. Ich hoffe nur, dass die nicht kaputt gehen, wenn die Bäume drauf fallen. Das wäre ein bisschen kacke. Gut. Aber so ein bisschen verteilt. Ganz einfach mal da, so. Äh, und jetzt? Einfach anzünden was. Hä? Ja, voll abschreckend hier. Ein brennender Stab. Er brennt. Wie ein brennender Stab. Ja, komm her, ich habe gerade einen brennenden Stab erschaffen. Das wird Ihnen das fürchten lernen. Es brennt. Das ist doch kein... Der Stab brennt. Das ist doch kein... Das ist doch kein Ding, oder? Doch. Eigentlich soll da noch Kopf oben drauf sein, aber... Ja. Ach so, so ein Custom-FIG, oder wie? Und der fehlt, oder wie? Hast du einen reingetan, oder? Ne, ich habe es da einfach gebaut, fertig. Da war kein Kopf... Nicht kaputt machen. Das macht doch auch schön Licht, eigentlich. Lichtquelle. Können überall so Lichtquellen aufschauen. Das wäre schön, wenn wir das überall verteilen könnten, sowas. Das wäre nice. Ja. Ohne Kopf. Mach ich das einfach mal. Ich stelle überall mal so Dinge dahin. Wir könnten das so eine Grenze ziehen, dass wir ungefähr bis zu wo man uns ist. Aber ich hier das auch noch. Mach, was du willst. Okay. Und wir sind bei 21... Hä, was ist denn hier los? Wir sind bei 21 Minuten. Ich bringe noch die Fuhre rein, und dann können wir eigentlich schon... Es brennt schon wieder nicht. Jetzt hat er. Ist da jetzt ein Kopf drauf? Ne. Komisch. Du kannst es zu Ende bauen, das ist ein bisschen... Ah, was Custom? Ach, man kann das jetzt so bauen, wie man... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich das Ding jetzt nochmal hier hernehme... Ach, Custom. Kann ich das dann jetzt... Jetzt weiß ich, was du meinst. Kennt man eventuell... Weil da steht dabei unendlich viele Arme und unendlich viele Beine. Ja, aber ich habe leider keine Beine und nichts dabei. Ich auch, ich habe auch keine Köpfe. Ich habe nur die Skulls. Ja, oh man, wir müssen jetzt echt mal Eingeborene jagen und wirklich Köpfe abdrehen. Aber wir müssen hier sind schon ein bisschen, fast schon von Überlänge. Zwei Minuten drüber, zweieinhalb Minuten sogar schon. Oh nein. Okay. Komm, machen wir das beim Stab. Nein, machen wir das hier beim Stab. Beim Stab, okay. Voll, voll, Stab. Oh, das sieht man auch noch. Oh, das ist auch wunderschön. Ja. Tschüss. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.